Musik 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 Alles gut? Drückt es irgendwo? Jetzt sitzt der Ranzen ja perfekt, aber was ist, wenn Emma in ein, zwei Jahren größer wird? Dann kann man das Tragegut-System ganz leicht ablesen und bestellen. Musik 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 Und was hält der Ranzen aus? Was ist das Feinmaterial? Das Scout Ultra ist extrem strapazierfähig und das mit drei Jahren geahnt. Das Außengewebe und Kutter besteht aus recycelten Priesterfasern, die aus PETI-Flaschen hergestellt werden. Somit ist das Scout Ultra auch ein Beitrag zu mehr Umweltschutz und Müllvermeidung. Musik 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 Ich zeig dir da Ranzen, Emma. Ja. Jetzt auch, ne? Ja. Und schütteln und gehen. Musik Musik Lachen Super! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.